Schottenring, U-Bahn, Endstation Obere Donaustrasse Obere Augartenstraße Wir bitten Sie, älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit kleinen Kindern, die Sitzplätze zu überlassen. Gaussplatz Wallensteinstraße, Kurzstreckengrenze Umsteigen zu den Linien 5 und 33 Gerhardusgasse Wechsstraße Umsteigen zur Linie 39a Jägerstraße, U-Bahn, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie U6 und zur Linie 33 in Richtung Wallensteinplatz Höchstädtplatz Umsteigen zur Linie N in Richtung Praterhauptallee und zur Linie 37a Friedrich-Engels-Platz, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie 11a sowie zur Linie 5a Floydsdorfer Brücke Hobertusdamm, Kurzstreckengrenze Matthäus-Eisterstraße Floydsdorf Schnellbahn, U-Bahn, Franz-Jonas-Platz, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Nordbahn, Nordwestbahn, zu den Linien S1, S2, S3, S7, U6, 26 und 29a zur Linie 33b sowie zur regionalen Autobuslinien Floydsdorfer Markt Wir bitten Sie älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen Bahnsteggasse Brünnerstraße, Schnellbahn, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie S3 Shuttleworthstraße Großjedlersdorf Umsteigen zur Linie 30a und zur Linie 31a Carabelli-Gasse Gerersdorfer Straße, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie 32a Empergergasse Anton-Schallgasse Pfann-Suiten-Kaserne, Heerespital Stammersdorf Endstation Umsteigen zur regionalen Autobuslinien Bitte alle aussteigen Pfann-Suiten-Kaserne, Heerespital Anton-Schallgasse Empergergasse Gerersdorfer Straße, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie 32a Carabelli-Gasse Großjedlersdorf Großjedlersdorf Umsteigen zur Linie 30a und zur Linie 31a Shuttleworthstraße Brünnerstraße, Schnellbahn, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie S3 Bahnsteggasse Floridsdorfer Markt Floridsdorf Schnellbahn, U-Bahn, Franz-Jonas-Platz Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Nordbahn, Nordwestbahn zu den Linien S1, S2, S3, S7, U6, 26 und 29a zur Linie 33b sowie zur regionalen Autobuslinien Matthäus-Isterstraße Matthäus-Isterstraße Wir bitten Sie, älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit kleinen Kindern, die Sitzplätze zu überlassen Hubertus-Damm, Kurzstreckengrenze Floidsdorfer Brücke Friedrich-Engels-Platz, Kurzstreckengrenze Umsteigen zur Linie 11a sowie zur Linie 5a Höchstädtplatz Umsteigen zu den Linien N und 37a Wechs-Straße Wir bitten Sie, älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit kleinen Kindern, die Sitzplätze zu überlassen Gerhardus-Gasse Wallenstein-Straße, Kurzstreckengrenze Umsteigen zu den Linien 5 und 33 Gaussplatz Obere Augarten-Straße Obere Donaustraße Schottenring, U-Bahn Umsteigen zu den Linien U2, U4, 1 und 2